hallo meine lieben freunde und herzlich willkommen zu einer neuen folge von let's play world of tanks und zwar nicht alleine nein ich habe heute zwei sehr geschätzte kollegen mit dabei und zwar den bamme und den akaramba hallo ihr beiden hallo ihr zwei jedes mal wenn ich an die seinen klaren lese denke ich an general akbar general akbar star wars es ist eine falle oder naja kann mir nicht helfen warum aber ich weiß jetzt auch nicht ist auch ganz ganz weit weg ihr beiden natürlich mit ihren klaren logos scheiß proleten habe ich gar nicht nötig so was brauche ich nicht da würde ich was ganz anderes auf meinem panzer pinseln hallo du hast den hammer schon drauf was willst du denn noch offensichtlich drauf pinseln fette gold kette ich werde dir 1000 gold geben wenn du das machst dann würdest du mir 1000 gold geben aber die musste du musst du mindestens ein jahr durch die gegen stolz mit stolz tragen stolz tragen ja ich muss mal im klaren kommandanten reden 1000 gold für ein jahr bisschen ja ich weiß nicht ob wenn du mir hart geld ne ich sag das nicht ja ich weiß nicht wir machen sport ich habe ich habe fett von hinten rein und dann läuft es bin auf dem spotter punkt fahren aber ich glaube ich glaube da fährt gerade der art 49 und oder der ja wir haben beide oder wenn ihr doch mal sagen lad ob du meine spotter magst wie weit bist du zum zum 9er zenturion weiß ich gerade gar nicht noch nicht so weit aber für upgrade hast du das ding schon kein fucking noob team oben essen wie wir essen nein wir sind beide vorbeiratet ich habe getroffen ja 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 ich habe ihn geträgt haben geträgt ich habe geträgt wer wer ich habe geträgt genau du hast ihn geträgt verdammt ich habe ihn geträgt ja ich hätte gerne der mitschgabe ich hätte damit hinten aber auch gerne gebrecht und damit gemacht ich würde das immer noch alles machen ich will gerne mal alles machen steig將 uer bnq bnq mitsati welche art immer das äh V alles klar die DS8 ist nur offen wir nicht 1390 come to me oh der bleibt doch da FAM Face in your face bitch oh enemy hit ja nice der zeigt nur seine Superstructure wie soll ich denn da durchkommen au no 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 getriebe getriebe alter sie schießen sich jetzt aber ganz schön hart auf uns ein auf uns genau hallo ich das ist halt der solidarische ist 300 Meter von dir weg eingeschlagen schießt auf uns kann ich mal neben dich stellen dann schießt auf uns na finde ich jetzt nicht so cool ich finde es eigentlich ganz witzig oh so ja ist ja schön was hier gerade so nicht in Reichweite ist kann überhaupt kein Damage machen ne die tun oh T-54 1 let's go oh nochmal zurück komm nochmal zurück hm ich glaube den Wunsch erfüllt er mir nicht ne glaube ich auch nicht der ging nicht durch oh steht 4-0 lol lol ja das bedeutet es noch ne ganze Menge da zum wegschnacken ja und da kommt schon was hinten ein Kaffee hier ich treff nicht what the fuck auf was schießen auf den ja ah jetzt sehe ich nicht mehr oh da ist was was alter ja mein Schuss ist wieder so geflogen sind Banane aus dem Rohr geplumpst aus dem Rohr gefallen kennt man ja also als Mann mit älterem Alter älterem Alter mit älterem Alter ja älterem Alter mit jüngerem Alter mit mittlerem Alter hallo das ist ein Generationenproblem schon fast das Alter altert ja auch das Alter aber alter aber richtig da unten ich oh ich hab voll verschossen ich treff nicht mit dem ach ich hasse dieses Ding wie gesagt das ist keine APCR ne das ist ne ich treff grad gar nicht das ist das Problem also ich schieße wenig APCR muss ich sagen weil mir die 226 eigentlich auch ausreichen aber ich treffe einfach nichts ja die AP Munition fliegt halt so lahm was ich aber eigentlich nicht verstehe weil es halt kein megagroßes Kaliber ist normalerweise also ist es halt eigentlich nicht ne aber 700 damage bis jetzt die Kugeln bei den Briten sind mit T eingerieben das ist echt schlimm ja finde ich auch ich meine meine Art stinkt immer so beim Nachhinein voll ekelig 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 altes Alter ist voll ekelig oh ne jetzt klippt mich da 750 wahrscheinlich weg ja wenn du so rauf fährst ist ja klar eigentlich wollte ich weiter fahren mach das tot danke röte erst bevor das Eier legt ja ich muss ja noch ein bisschen damage kriegen hier ja ich hab auch mal 1000 lange lange nicht mehr gefahren deswegen ich auch weiß ich da auch echt gar nicht mehr wie ich wie ich da am besten vorziehen muss irgendwie kam ich mit dem nicht ganz so zurecht und dann hab ich das eingelassen ach toll ich hab da gerade zugegangen aber wird sicher gleich wieder aufgehen ja ich bin so langsam und dann war er mit meinem Namen trifft ah jetzt komm ich da nicht durch oh jetzt komm oh jetzt komm oh jetzt komm oh jetzt komm oh es war gratis der WT kann mich auch treffen uncool was schießt denn du gerade ich schieß auf WB ich will noch einen in die Presse geben wie kann ich ihn denn nicht treffen oh du arme d49 yes yes ich hasse es abfuckt bei arty die kenne ich die gehen normales zeit auf mich ja und das zum thema arty die gerade die bc macht ja nicht viel schade ich finde das so abartig in letzter zeit krieg ich nur tausende davon ja mal vier schuss ist es echt immer normal dann natürlich obwohl dies rechts ganz weit rechts da noch an der nenzung wahrscheinlich ich hasse das ist ein grund deswegen nicht mehr eigentlich wieder mods installieren will ich dieser blöde ich habe mir gerade gedacht das ist doof was ich da macht der mod der einstellt dass der die sniper dinge gespeichert also da ist das finde ich total nervig die wir diesen halter und diese halter und fähigkeit von dem centurion ein netter sieg direkt dass die mir ich habe ihn mir verdient ja definitiv mache weg das war gerade aber es war gerade schön da ist gerade eine möwe in meinem bild gewesen als du geschossen hast eine möwe das kann passieren ich locke die möwen an der centurion ist so gut angepinselt und so gut getan dass sich die möwen da gerne drauf niederlassen nice ich habe meine mission geschafft ich nicht weiß gar nicht was meine mission war ich auch nicht so schmeißt was rein ladies first oh ich habe eins und zwei spotting ja so heiß ich ja aber noch sagt ladies first ich wollte bei 8 da bleiben oder wie ist das wusst mach mach auf was du bock hast zeit läuft time is running out die nachfolgenden sendungen können sich den an den an xena 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 ach da fällt mir ein eigentlich wollte ich ja meinen wollte ich den ja mal hier so weit spielen dass ich mir den noch kaufen kann solange top of the tree ist ich weiß nicht ob ich das jetzt irgendwie falsch mit bekommen habe oder früher war das doch immer so dass die panzer die reduziert waren auch mehr credits gemacht haben oder das war das war früher mal bei top of the tree ja aber ich glaube das ist nicht mehr regrationalisiert richtig finde ich echt blöd wow top tier und wir und wir haben den 10er mehr jetzt läuft wir haben einen türrahmen rausreißer blöd im team türrahmen rausreißer alter und was türrahmen rausreißer irgendwie roben oder sowas oder runes oder runny run ne da steht ein z auf jeden fall hinten glaube ich weiß es nicht man weiß es nicht man weiß es einfach nicht ganz schön langer wir können einfach vor drücken wir drücken aber sowas von vor aber richtig heftig also ich drück ihn ganz ganz tief rein was denn ich meinte mein panzer in den gegnerischen trakt in den gegnerischen was trakt in den gegnerischen trakt ja ja glaub ich sollte hier nicht runterfahren ich machs trotzdem oh naja so groß ist dein panzer auch nicht also von daher ne der ist meiner ist eigentlich also unter spezialisten ist der schon als sehr sehr klein bekannt aber schnell ist er schneller als meiner ja irgendwas muss ich ja können meiner ist dafür größer und auch dicker nie wobei nee nee kalibers gleiche mein freund am schluss schießen wir immer das gleiche das gleiche geschoss na stimmt außer wir verwenden verschiedene munitionsarten also hohe explosiv gäbe es daher zum beispiel ja absolut kette wurde ertroffen sie kann jeden moment reißen nix daneben geschossen der könnte aber nicht lange stehen bleiben dann kriegt euch die adi höchstwahrscheinlich ich bin ja hier am stein 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 komm schon t54 denk ich mir auch gerade aber ich krieg das rohr doch das rohr krieg ich hoch genug da komm hey wie ging denn der schluss hin bitte i don't even get it ah da hat die arti gerade oben alles zusammen geschossen na ich fahr mal jetzt auch weiss der t34 hat man natürlich aber gleich ein ladeschützen rausgenommen und das ist ja ganz schön ekelig mit dem panzer schön oh das ist ein jagdtiger ne die sind da sind sie gerade nicht rausgefahren das reicht äh semi cool heicher frieden jagdtiger da ist ein baum gefallen ja gesundheit gesundi alle bitte jetzt mal unter das video gesundheit schreiben ja das ist natürlich eine mammut aufgabe für dich ein t35 weg zu nocken ne weil sie mir hinten reingeschossen haben waffenträger auf hans auf die schließt mir die kette ab was soll denn das ja die wohnen da vorne oh shit steht das schon wo die alle sind auch erdecken da kommt ein e100 alter schwede ey den turm e4 ist ja auch echt nicht mehr das was er noch war tv3 ist konfrontal durch wir müssen hier raus 100 tv tiger hat geschossen ich kann ja noch nichts machen ja 19 hat geschossen ne ah shit ne t steht da irgendwie noch auf ff 0 oder sowas glaub ich ah wat ne scheiße 103 ist draußen mussten der waffenträger der eine ist da vorne und der andere ist da glaube ich hinter der durch mal weiter wann das denn alle haben unsere mediums dauer ich gemacht anstatt da den e 100 von oben zu attackieren und darunter sich alle trocken lassen natürlich für mich zu lang jetzt da stehen geblieben also ich glaube ich kann man ein bisschen normale munition erschießen warum heißt dann heißt der lottik gold ein panzer ist not die über die aus sehr süß mor st niemand liegt es mit lottik an bern jungen wir haben die künfte ich auch känze 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 hat er war nah war kuschel mit ihm würde ich gerade machen aber er wird vom tony bei fremd warte jetzt 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 nimmt ihr der vk von hinten über die kanonblenden von so schlecht inzwischen mit er hat er den berg abgeschossen er wird der berg der hat einfach mal richtig böse geguckt er hat mich angemacht er hat meine mutter beleidigt scheiß berg komm kriegst du den hit noch? kriegst du den hit noch? kriegst du den noch? nein hier der jagdtiger da ja haben wir noch zwei runden erfolgreich abgeschlossen genau haben angefangen und sind zu ende gegangen ja ja läuft ja war die kacke oh 4300 charne habe ich tatsächlich gemacht he's not bad i'm surprised i'm really surprised ja dann war es das eigentlich schon von der genau so ist es ja dann sehen wir uns beim nächsten mal würde ich auch sagen jungs war schön jo danke fürs mitzufahren und so bis dann ne tschüss tschüss